Der Karneval in Venedig wird abgebrochen. Wegen des Coronavirus sollen auch alle anderen Großveranstaltungen in der italienischen Region Venedien ab Sonntagabend ausfallen. Das hat Regionalpräsident Luca Saja mit Hinweis auf die Ausbreitung des Virus mitgeteilt. Auch Schulen und Museen sollen geschlossen bleiben. Alle öffentlichen Verkehrsmittel wie Züge und Wasserbusse würden desinfiziert. Der bei Touristen beliebte Karneval ginge eigentlich noch bis einschließlich Dienstag.